Hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch gerne meine Perspektive zum Thema Fett in der Ernährung mitgeben. Schön, dass du eingeschaltet hast und dir die Zeit nimmst, dieses Video anzuschauen. Und in diesem Video möchte ich jetzt meine Erfahrungen mit euch teilen, was ich so an mir selbst erfahren habe, was ich an meinen Klienten festgestellt habe, was ist da die ideale Fettmenge, wie viel brauchen wir. Und ich kann dir da gerne auch eine Empfehlung mitgeben, was ich da so herausgefunden habe. Fett, kann ich erstmal sagen, ist essentiell, beziehungsweise Fettsäuren sind essentiell. Wir brauchen zwei verschiedene Fettsäuren, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Das sind die zwei essentiellen Fettsäuren. Essentiell bedeutet, unser Körper kann es nicht selbst herstellen. Sie müssen von außen zugeführt werden. Das heißt, es ist nicht möglich, längerfristig sich komplett ohne Fett zu ernähren. Und selbst wenn wir jetzt keine direkten Fettquellen, wie jetzt Nüsse, Avocados, Öle und so weiter verzehren, ist in dem ganzen Obst, Gemüse eine gewisse Menge an Fett enthalten. Also sollten wir schon mal wissen, es gibt nicht reine fettreiche Produkte und Lebensmittel und auch welche, die 0 Gramm Fett enthalten, sondern es ist immer eine Balance. Es ist immer ein Verhältnis und manche Lebensmittel haben mehr Fett und manche eben weniger. Aber auch in Obst, Gemüse sind kleine Mengen an Fett enthalten. Und Fett ist essentiell, wie ich gesagt habe. Fett erfüllt vielerlei Funktionen in unserem Körper. Und ich möchte jetzt gar nicht so in diese ganzen chemischen Funktionen hineingehen, warum Fett essentiell ist. Ich kann nur so viel sagen, dass es wichtig ist für das Hormonsystem, als Baustoff für Zellmembranen, als insgesamter Baustoff gegen Entzündungen. Und Fett hat zahlreiche Funktionen in unserem Körper. Ich werde nochmal ein expliziteres Video zum Thema Fett machen, was jetzt so gerne die Funktionen und die Aufgaben anbelangt. Aber dieses Video soll jetzt hier eher praxisbasierter sein, was also meine Erfahrung war zum Thema Fett in der Ernährung. Es ist essentiell, Fettsäuren zu uns zu nehmen. Aber ich habe festgestellt, es ist gar nicht so eine große Menge, was wir da tagtäglich zu uns nehmen, um unseren Bedarf zu decken. Ich persönlich habe festgestellt, dass mein Körper sehr gut funktioniert mit einer kleinen Menge an Fett, aber die richtigen Fette. Am wichtigsten ist das Verhältnis aus gesunden Fetten und eben diese Fette zu vermeiden, die eben abträglich für unsere Gesundheit sind. Das finde ich mit am wichtigsten, abträgliche Fette zu vermeiden und diese Fette zu integrieren, die unser Körper braucht. Und wie ich gesagt habe, zwei Fettsäuren sind essentiell, diese Omega-3 und Omega-6-Fettsäure. Und die Quellen dafür sind Nüsse, Samen, vor allem Leinsamen. Wir haben Walnüsse, wir haben Chiasamen, wir haben Hanfsamen. Und insgesamt Fettquellen gibt es natürlich noch. Es gibt noch Avocado, es gibt Kokosnuss, es gibt Oliven. Und das sind so diese Fettquellen, die ich empfehlen würde, die ich jetzt genannt habe. Also meiner Meinung nach die mitgesündesten Fettquellen. Was man jetzt noch an tierischen Fettquellen nennen könnte, wenn jemand jetzt tierische Produkte verzehrt, sind Dinge wie Weidebutter oder Rohmilchbutter, sind Dinge wie Fisch, der eben wild gefangen ist, der eine gewisse Menge an Omega-3-Fettsäuren enthält. Und sonst gibt es schon noch einige tierische Produkte, die diese Fettsäuren enthalten. Ich möchte jetzt aber da nicht ins Detail gehen. Ich persönlich ernähre mich größtenteils pflanzlich und fühle mich damit sehr, sehr gut. Ich vermeide tierische Produkte, weil ich eben einfach das Leid vermeiden möchte. Aber ich kenne auch viele, die ihren Fettbedarf decken oder auch Fett in ihrer Ernährung haben durch gewisse tierische Produkte. Das soll jetzt aber nicht der Inhalt dieses Videos sein. Jetzt geht es darum, dass ich herausgefunden habe, dass mein Körper sehr, sehr gut funktioniert mit einer kleinen Menge Fett und mit dem richtigen Fett. Und das richtige Fett ist für mich eben Nüsse, Samen, Leinsamen, Avocado oder eine kleine Menge Leinöl oder Hanföl oder eben Omega-3-reiches, angereichertes Öl durch zum Beispiel Algenöl, die vegane Variante. Und ich habe vor allem festgestellt, umso gesünder, umso vitaler, umso gereinigter der Körper ist, umso niedriger ist der Bedarf an Fett. Als ich damals angefangen habe, mich mit der Ernährung intensiver auseinanderzusetzen, vor knapp sieben Jahren, habe ich immer noch große Mengen Fett gebraucht in der Umstellung. Und einfach als Kompensation zur Entgiftung. Ich habe das gebraucht, um ein gewisses Sättigungsgefühl auszulösen, um ein gewisses Völligkeitsgefühl auszulösen. Aber ich habe dann immer weiter gemerkt, von Jahr zu Jahr, dass ich immer weniger und immer weniger Fett brauche. Und mit weniger Menge an Fett schaffe ich es trotzdem, meine gesamten Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Also hormonell, athletisch. Ich habe Energie, Kraft, Power. Und das zeigt mir, dass mein Körper eigentlich im Endeffekt, wenn er wirklich in der besten gesundheitlichen Verfassung ist, gar nicht mehr so viel Fett benötigt. Das heißt, die richtigen Fette, eine kleine Menge Fett, und diese Fettquellen, die ich angesprochen habe, sind sehr, sehr wichtig. Was wir vermeiden wollen, ist einen hohen Konsum an Omega-6-Fettsäuren. Egal in welcher Form, auch die gesunden Omega-6-Fettsäuren, die in einigen Nüssen enthalten sind, in den meisten Nüssen, sind im Übermaß eben entzündungsfördernd, weil Omega-3-Entzündungen runterholt und Omega-6-Entzündungen eher tendenziell füttert und eben ansteigen lässt. Und da geht es um die Balance. Es geht nicht darum, Omega-6 komplett zu vermeiden, sondern es geht um die richtige Balance. Omega-3, Omega-6 sind Balance. Und ich habe herausgefunden, dass es vor allem wichtig ist, diese Omega-3-Fettsäuren hin und wieder zuzuführen, wie zum Beispiel Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Walnüsse oder auch Leinöl oder dieses Omega-3-reiche Algenöl. Das ist die vegane Variante. So viel dazu. Also so decke ich meinen Fettbedarf über diese Quellen. Und so hat es für mich die letzten 5 Jahre sehr, sehr gut funktioniert. Eine zweite Sache neben dem Omega-6-Vermeiden ist natürlich auch Thema verarbeitete Fette und Transfette. Also wir wollen niemals Transfette zu uns nehmen und wir wollen niemals auch erhitzte Fette zu uns nehmen. Vor allem keine erhitzten Fette, die eben mehrfach ungesättigt sind, weil diese werden ranzig, die werden schlecht und die sind dann, obwohl sie davor ja Omega-3 sein können, können sie danach aber sehr schädlich sein, weil eben das Omega-3 oxidiert und dann ganz andere Wirkungen im Körper entfaltet. Und deshalb Omega-6 vermeiden im Übermaß. Wir sollten diese Transfette vermeiden, diese verarbeiteten Fette und insgesamt in den ganzen Fertigprodukten hast du halt immer die Problematik, also sei es jetzt sogar vegane Aufstriche, vegane verarbeitete Produkte, sei es jetzt irgendwelche Cremes oder auch die ganzen tierischen Produkte haben heutzutage sehr, sehr viel alle Omega-6 und bei den veganen Produkten ist der Übeltäter das Sonnenblumenöl, was überall beigemischt ist, das erste Zutat, siehst du es meistens auf jedem Aufstrich und klar, das ist günstig, keine Frage, es ist sehr geschmacksneutral, es funktioniert gut, aber es ist nicht das Beste, was du für deine Gesundheit auswählen darfst. Du darfst ja gerne was Hochwertiges für dich auswählen und da werden Aufstriche zum Beispiel besser, die auf Olivenölbasis sind. Bei den tierischen Produkten ist dann der Omega-6-Reichtum häufig durch das Futter der Tiere bedingt, also weil sie sehr viel Mais-Silage bekommen und sehr viel Getreide und Soja, Schrot und das führt dann zu einem hohen Omega-6-Anteil und das ist wie gesagt nicht das Beste, wenn wir eben gerade heilen wollen, wenn wir gesunden wollen, wenn wir eben Omega-6 essen, was gerade eher unsere Entzündungen ansteigen lässt. Das heißt, richtig Balance Omega-3, Omega-6, Transfette Omega-6 vermeiden ist so, so, so wichtig, wenn wir da was verbessern wollen. Und wie ich angesprochen habe, habe ich wirklich festgestellt, dass ich eine kleine Menge an Fett brauche. Für mich persönlich eignen sich 30 bis 60 Gramm pro Tag sehr, sehr gut. Das variiert auch. Man soll sich da auch nicht verharren. Eine Fettmenge jetzt und die isst man für seinen Rest des Lebens, sondern man sollte immer dahin gehen, dass man auf sein Körpergefühl hört. Welche Fettmenge brauche ich denn gerade? Weil ich bin auch, was ich auch immer meinen Klienten lehre und was ich gerne auch praktiziere, ist das Wichtigste ist dein Körpergefühl. Das Wichtigste ist letztendlich am Ende des Tages dein Körpergefühl. Du musst genau wissen, was du brauchst, in welchen Mengen und wann. Und es kann eben Phasen geben, wo du mehr Fett brauchst. Zum Beispiel im Winter, da kann es mal sein, dass du mehr isst. Oder in stressigen Phasen, um gewisse Sachen zu kompensieren, greift man automatisch auch zu etwas fettreicheren Produkten. Wichtig ist dann eben, dass du die richtigen Alternativen verwendest, dass du dann eben auf Avocados oder auf Nüsse, Samen zurückgreifst, anstatt dann eben auf irgendwelche verarbeiteteren Fette. Und gerade ganz schlimm ist diese Margarine. Man würde ja meinen, wenn man jetzt von Butter wegkommt, Richtung Margarine, man tut seinem Körper was Gutes, es ist ja pflanzlich, es besteht aus Pflanzen, aber dem ist nicht so vom gesundheitlichen Effekt. Das ist wirklich sehr schädlich für unseren Körper aufgrund des hohen Omega-6-Anteils und lies einfach mal die Zutaten durch. Da ist so viel Müll dabei noch oftmals an sonstigen Kram, was nicht in unseren Körper hineingehört. Das Schöne ist, wir haben immer eine gesunde Alternative und darauf können wir uns sehr konzentrieren. Und die ist genauso schmackhaft, die schmeckt in den meisten Fällen sogar besser und das würde ich dir dann empfehlen. Genauso wie ich jetzt gesagt habe, es gibt Phasen, wo man mal mehr Fett isst, gibt es auch Phasen, wo man dann gezielt weniger Fett isst. Gerade vielleicht an heißen Tagen, wenn es richtig warm ist, wie jetzt im Sommer, kann es dann sinnvoll sein, einfach weniger Fett zu essen, auch da wieder aufs Körpergefühl hören, was tut mir gerade gut. Aber ich habe festgestellt, wenn man wirklich auf sein Körpergefühl hört, wenn man seinen Körper entgiftet, sein Körper wirklich heilt auf zellulärer Ebene, dass alles gut funktioniert, die Organe, Niere, Leber, Darm, dann signalisiert der Körper eigentlich nur noch eine kleinere Menge Fett. Eine kleine Menge, die essentiellen Fettsäuren und dann ist man, habe ich persönlich für mich erfahren, dass ich da gut gedeckt bin und auch mit meinen Klienten habe ich mit kleinen Mengen sehr, sehr gute Erfahrung gesammelt. Und jetzt möchte ich noch darauf eingehen, warum jetzt viel Fett gerade schlecht ist, warum jetzt ich davon überzeugt bin, wenn wir viel Fett essen, ist es nicht gesund für unseren Körper langfristig. Der Grund liegt daran, dass viel Fett die Leber belastet, die Leber muss Figalle bilden und die Leber muss insgesamt sehr viel arbeiten. Man weiß ganz genau, wenn jetzt jemand eben Leberprobleme hat, dann tut man eben keine fettreiche Ernährung füttern, sondern immer eine Kohlenhydratreiche, die eben aus komplexen Kohlenhydraten besteht, die eben nicht schnell irgendwie den Blutzucker ansteigen lassen, das wäre auch wieder eine Belastung, sondern wirklich Kohlenhydrate, die eben natürlichen, natürlichen Lebensmitteln vorkommen. Und einmal belastet eben, wie ich gesagt habe, Fett die Leber, es belastet unser System, also unsere Organe müssen heftiger arbeiten. Fett ist zwar Kaloriendichte, also es ist konzentrierter, unser Körper muss schwerer arbeiten. Die Giftung wird verlangsamt, also wir können uns, wir verzögern die Selbstheilung. Also wenn du heilen möchtest, eine Giftungskur machst, dann lass doch das Fett mal raus für eine gewisse Zeit oder reduziere es sehr stark, weil Fett verlangsamt deine Heilung. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, genauso wie Verdauung. Also Fett verlangsamt die Verdauung. Also kennt jeder automatisch, jedes fettige Lebensmittel, merkt man, dass es eben schwerer durchs System geht, als jetzt zum Beispiel Früchte, als jetzt Gemüse, als jetzt eher auch kohlenhydratreiche Lebensmittel. Wie sieht es jetzt eigentlich in der Natur aus? Wäre es da möglich, dass wir jetzt größere Mengen an Fett tagtäglich zu uns nehmen? Ich persönlich glaube eher nein. Es wäre möglich, in der Natur größere Mengen an Fett zu sich zu nehmen, aber eigentlich nur über fettige Tiere. Also mir fällt, also ich wüsste nicht, dass wir jetzt in der Natur größere Menge Nüssen, Samen, Avocados essen können, weil diese Lebensmittel eher sehr sparsam aufkommen in der Natur oder eher sehr selten. Avocados zum Beispiel wachsen nur in verschiedenen Regionen auf der Welt. Oliven sind toxisch im rohen Zustand und man braucht Verarbeitungsschritte, um diese zuzubereiten und wenn man jetzt von der Ursprünglichkeit denkt, wo wir herkommen, bin ich davon überzeugt, dass wir auch eher auf kleinere Mengen Fett ausgerichtet sind und ich bin davon überzeugt, dass wir vor allem Kohlenhydrate essen sollten, natürliche Kohlenhydratquellen wie zum Beispiel Früchte, wie zum Beispiel Pseudogetreide, Quinoa, Amaranth, Hirse, wie zum Beispiel Wurzelgemüse, Süßkartoffel, Karotten, Kartoffeln und Jams und so weiter, Kürbis und da gibt es eine Vielzahl an verschiedenen kohlenhydratreichen Produkten und ich bin davon überzeugt, das sollte unsere Basis ausmachen. Habe ich persönlich auch festgestellt an meiner Performance, an meiner Energie, wie ich mich fühle, wie meine Ergebnisse sind, wie klar ich bin, wie gut mein Schlaf ist und ich habe festgestellt, vor allem viel Fett abends belastet mich und belastet auch meine Klienten, also wenn ich bei meinen Klienten jetzt viel Fett reinmache, dann merke ich auch die Selbstheilung ist verlangsamt, es ist einfach alles, diese Ergebnisse sind einfach verlangsamt, also sie kriegen schnellere Ergebnisse in, ja bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit, weil der Körper stärker entlastet ist und in der Natur wäre es absolut nicht möglich, da große Mengen Fett zu essen, weil auch Nüsse, Samen sehr selten nur vorkommen in gewissen Zeiten und du wärst nie in der Natur in der Lage ganz viele gleichzeitig zu knacken und diese zu essen, also Nüsse würdest du auch eher in kleineren Mengen als Ergänzung in der Natur zunehmen. Es gibt aber die Ausnahme wirklich mit den tierischen Produkten, es gibt gewisse Völker, die da sehr sich tierisch lastig ernährt haben, wie zum Beispiel die Eskimos, nur was dann eben auch die Langlebigkeitsstudien zeigen mit den ganzen Völkern, die wirklich lang gelebt haben und die auch fit, vital waren, bis ins hohe Alter, die haben eben eher eine kohlenhydratreiche Ernährung, eine fettarme Ernährung praktiziert, so wie die Okinawas und die Hunsas zum Beispiel. Es gibt aber noch viele weitere Völker, die das demonstrieren, die sich vor allem von komplexen Kohlenhydraten ernährt haben mit kleiner Menge Fett. Ja, die hatten auch immer eine kleine Menge tierisches mit dabei, aber größtenteils hatten sie sich pflanzenbasiert ernährt und die ganzen Völker, die sich eben fleischbasiert ernährt haben, wie jetzt die Eskimos oder auch die Massais, die hatten eben eine sehr geringe Lebenserwartung und ich denke nicht, also von dem, was ich bisher recherchiert habe, von dem, was ich bisher gelesen habe, sind die nicht annähernd über 50 oder 60 geworden und deshalb, das kann einem schon mal einen Denkanstoss geben, wenn wir jetzt nur tierisches Essen, klar spielen noch andere Bedingungen rein bei den Eskimos, die jetzt dazu führen, die haben wenig Sonnenlicht, sie leben in total suboptimalen Bedingungen, also versuch dich mal hinein zu versetzen, so ein Eskimo, der kann ja auch nicht anders, der muss kann nur Tiere jagen und konsumieren zum Überleben, aber du hast halt da keine Chance, also du hast, du musst das machen und das ist ein sehr, sehr hartes Leben als Eskimo, das ist nicht einfach. Also ich bin davon überzeugt, was für unseren Körper, für unsere Physiologie am besten ist, einmal für unsere Verdauung, für unsere Energie, für unser Hormonsystem ist Kohlenhydrat basiert und eine kleine Menge Fett. Das ist das, was sich für mich am besten ereignet hat, für meine Klienten, am besten ereignet hat, dass es meine Recherchen ganz klar zeigen und was auch die Langlebigkeitsvölker ja anzeigen, dass die eine unglaublich robuste Gesundheit erreichen durch diese Form von Ernährung. Was ich auch noch am Ende ansprechen kann, ist eine wichtige Kombination, die wir auf jeden Fall vermeiden sollten. Also wenn wir jetzt Fett in unsere Ernährung integrieren, wie zum Beispiel Avocados, Nüsselsamen, die ich angesprochen habe, Leinsamen und so weiter, geht eine kleine Menge Fett mit Kohlenhydraten zu kombinieren, das ist in Ordnung, aber was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, ist viel Fett und viel Kohlenhydrat in einer Mahlzeit. Also auch wenn du jetzt sagst, du willst immer noch weiterhin ab und zu viel Fett essen, dann würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen zu vermeiden, dass du nicht viel Fett isst, wie zum Beispiel Nüsse oder Nussbutter oder eben normale Butter und dann mit viel Kohlenhydraten, wie zum Beispiel Kartoffeln, wie zum Beispiel Getreide, das ist einfach eine sehr, sehr ungünstige Kombination. da habe ich auch mal ein komplettes Video drüber gemacht, über das Thema Fett-Zucker Kombination, schau da unbedingt mal vorbei, aber das solltest du auf jeden Fall vermeiden, also Kohlenhydrate mit Fett separieren, weil Insulin, Bauchspeicheldrüsebelastung für die Leber ist das nicht gut und deshalb bitte trennen, egal welche Ernährungsform du praktizierst, das sollte nicht miteinander sein. Ja, ich hoffe, du konntest dir was aus diesem Video mitnehmen, ich hoffe, meine Perspektive zum Thema Fett war interessant für dich, schreib gerne mal hier auch drunter in den Kommentaren, was deine Erfahrungen damit waren, also mit welcher Fettmenge fühlst du dich gut, was war da so bei dir bisher die ideale Fettmenge, schreib es gerne mal drunter, das würde mich interessieren. Eine zweite Sache, die ich gerne noch sagen möchte, ist, dass ich gerade noch für Leute, die es wirklich ernst meinen, kostenlose Erstgespräche anbiete, wo ich dir einen Mehrwert zu deiner aktuellen Situation mitgebe, wie du Schritt für Schritt deine Ernährung verbessern kannst, wie du einen Plan für dich gestaltest, der wirklich ideal für dich ist, der dir erlaubt, immer fitter, vitaler zu werden und dich einfach noch wohler in deinem eigenen Körper zu fühlen. Das heißt, wenn du gerne mit mir so ein kostenloses Erstgespräch führen möchtest, dann darfst du mich gerne kontaktieren. Du erreichst mich über Facebook Messenger, da darfst du mich gerne anschreiben und dann können wir das gerne angehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, ganz wichtig, damit du keine neuen Videos mehr verpasst und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, wo auch immer du bist und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020